Hallo Leute! Willkommen zurück in GTA San Andreas! Mittlerweile sind wir relativ weit, muss ich sagen. Andererseits haben wir auch noch einiges vor uns. So, was haben wir gesagt? Wir machen ja das Geldsymbol erstmal. Irgendwas wollten wir nach dem Geldsymbol noch machen. Doch, die Rennen! Aber es wird sich genießen. Oh! Dammit, Blast! Es scheint nicht möglich zu halten hier ein secret. Ich hätte gedacht, dass die Größe der Rennen würde die Zahlen anziehen. Hey, sprechen Sie! Wir können Sie hier nicht hören! Ich mag Ihre Aufmerksamkeit, aber bitte, mach auf! Was hat er gesagt? Er hat gesagt, mach auf! Komm mal, wir sind hier raus. Hey, was du hier noch machst? Ich bin hier. Oh, okay. Du kannst bleiben. Great! Hey, wo ist die Koffie und Donuts? Okay, schau mal. Ich werde die Kraft der Rennen der Stadt. Schau mal nach diesen Böden für mich. Okay. Okay. Now, the important thing to remember with a plan like this is that nothing can go wrong. Ach so. Begib dich zum Flughafen, du brauchst dein Flugzeug und mit dem Fallschirm bei den Darmkeit zu landen. Hey, absolut. Ich weiß nicht, was das ist dasselbe. Also warum sind meine Frames trotzdem nicht durch? Okay. Ich habe gerade noch ein Scream. All right. Es ist noch nicht total. ... ... ... ... ... Es ist ein schönes Nachtraum. Ja, ich muss da immer wieder in den Kopf kommen, weil ich glaube, wir haben ja alles gut gemacht. Ach, wie schön. Ich weiß nicht, dass wir heute ein schönes für die Nacht haben. Ich werde... ...eine Scheiße, was du da hast. So, Flugzeug fliegen, natürlich mit einem sehr professionellen Fliegtung noch schnell zum Absprung, ist das so hart über den Daaah. Warum ist das nicht wichtig, dass du da? Alter, das ist ehrlich. Aufgefuckt. Ach ja, und die kleine Neuigkeit, ich weiß nicht, ob ich das eigentlich schon vorher mal so angesagt habe. Aber vielleicht noch nicht, sage ich es jetzt nochmal. Na, die Parks seit 2015, Andreas, wir haben jetzt immer so 15 und 20. Meist vergesse ich es jetzt sowieso. Ja, ja, dürfte es eigentlich neu sein. Ganz offiziell sage ich es jetzt nochmal. Na, verdammt ist klar. Und da war ich jetzt mal. Ich bin so längst. Genau, ich habe Mühe. Ich habe eine Schwere. Da habe ich mich jetzt mal gefunden. Ja, das möchte ich mir jetzt mal finden. Ja, wo soll ich vorbeikommen? Ja, wo soll ich vorbeikommen? Ja, das ist so. Ich muss mal klar sein. So, was ist die Bewehrung? Ich meine, das ist nur 2-3. Ich bin auch nur 2-3. Ich sehe nichts. Es ist alles nur bei... Ja. Ich drücke es an, ich höre nichts weiter. Fass euch an. So. Aha. Ja. Ja, ok. Daran konnte ich mich jetzt nicht erinnern. Ok. Ich habe so eine Mission, wo wir am besten nur mit... Messer und so rumlaufen. Wo ich nicht weiß, ob wir dann nur Messer zur Verfügung haben. Wie in einer Mission, wo wir auf dem Boot ein bisschen rumgelaufen sind. Ganz ehrlich, ich kann niemand nehmen. Nur 20 Frames haben. Es fühlt sich an wie 20. Es fühlt sich nicht richtig. Ach, komisch. Muss ich nochmal nachgucken. In den Einstellungen. Nach der Mission, nach dem Patio. Was ist das? Wenn wir hier fliegen. Wenn ich die SMS gleich noch beantworten. mal so rumlaufen. Ich kann hier nicht ins Video machen. So. 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 So, gib 8, dass ich die Wahrheit nicht entdecken. Ja, ja. Sneaky. Leicht mir wirklich gut. Ja, wir sind ein bisschen. Wie hinterher könnte das und was allein ganz sind in der Container. Das will ich verarschen. Ich hab nen Dildo, du Wichser. Ich hab nen Dildo. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt nicht? Was ist? Was ist? Finally, some action around here. Where the hell did he go? Hallo? Stop him for Christ's sakes. You're just a bitch. So. Seid tot? Come on, punts! Ah, einfach mal mit dem Pummer rein. Worm, warm, warm, warm. Voll gut, baby. Sehr, warte. So, warum blutet die eigentlich nicht aus? So, ja. Doch, wir haben da noch all unsere Waffen oder so. Allerdings weiß ich mich immer noch, warum der mich jetzt entdeckt hat. Eigentlich hat er sich umgedreht und es weggegangen. So, wie kann man auch wieder sehen? Ja, ich werde wirklich nicht entdeckt werden. Das muss ich jetzt mal beobachten und auswarten. So, ja, komm mal rein, schon mal rein. Oh, wie soll das jetzt noch her? K 1 das war das dresden He's in there somewhere start looking we need more men in here Aus Oh Ganz geschildert stellen Must be seen things I thought that coffee tasted a bit odd This one has been pretty good Should I have it actually presented? Yeah Okay So So Arbeiter jetzt noch da Meister Meister der feuchten Träume Alles von den Arbeiter Jetzt gehe ich hier mal ein bisschen rum Ob der Typ mich nicht entdeckt So 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 Ich stelle es auch nicht So ein toter Arbeiter liegt Und alles vollblutet Scheint irgendwie das Normalste auf der Welt zu sein So Alter Alter Warte Okay Hier ist die Altacke Na Der hat mich gerade ausgereift Schlicht 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 Geht zum Ausgang. Ja, sieht deprecant aus. Boah, ganz analytisch, ey. Kaaal. Du kannst es ja richtig. So, gut, dass ich es... Alter, was geht mit dir hier? Ich kann ein Boot fahren, ich kann ein Boot fahren. Ich sehe schon. Ich sehe schon, Mama. Also Autofahren können, ich kann kein Boot fahren, also ich könnte hier in den Spiegel nichts. Das ist ein Nerv. Oh, ja. Ja. So. So. Ich würde gerne dieses Flugzeug leihen, damit ich dann... Eigentlich ist mir der Hegel. Hier ist der Hegel, Mama. So. Ich sehe mir nicht mehr. So. Wie déjà war auf! Ganz Na Glippen. Das war ja. Jetzt bin ich, jerk. Da kommt auf, und jetzt knack, beisst du D Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020